Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge 4Honor mit Concord. Ja hallo, bei mir auch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 4Honor und ja, das erste Video habe ich mit Let's Test angesagt, aber ich glaube nicht, dass es Let's Test wird. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber... Wahrscheinlich machen wir da jetzt eine eigene Playliste zu 4Honor. Insofern wir so viele Videos machen von 4Honor, das wissen wir noch nicht ganz genau, schauen wir mal. Ja, weil aktuell ist ja die OG Beta, dann schauen wir mal ein bisschen. Die Map, das ist die, die wir vorhin gespielt haben? Ja, das ist die Karte. Auch zu Abo, ich sage. Ja, direkt. Ah, der andere geht auch gleich mit A. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ja gut, den können wir dann wegholen, wenn wir jetzt zu dritt sind. Der rennt weg. Wir haben A eingenommen. Jetzt runter zu B, oder? Ja, okay, warte, ich gehe da diese... Ja, ich würde es auch gerne. ...Warte runter. Ähm, wie macht man das? Irgendwie konnte man rutschen, aber ich weiß leider nicht mehr wie. Braucht ich Hilfe da? Ja, ich bin da. Sehr gut, sehr, sehr gutes Timing. Oh shit, da ist ja noch einer. Oh, Alter, Alter, Alter. Nee, der hat mich echt noch nie killt. Nein, jetzt kämpfe ich wieder gegen zwei. So eine A, Kerl los. Oh, ich bin auch tot. Alter, ich krieg's nicht. Ich seh das in ne Menge auch nicht. Sie dürfen nicht in die Menge reingehen. Das ist so schön. In ne Menge seh ich auch nicht, was der grad macht. Wiederbeleben. Wir gehen nochmal zu A hoch. Wahrscheinlich werden wir sowieso nicht wiederbelebt. Aldi, wir haben 18 Punkte und die vier, die holen uns gerade zu heftig. Wir haben grad alles. Ey, ich bräuchte mal Hilfe. Ja, ich bin schon da. Scheiße, das ist noch einer. Der andere holt sich von hinten weg. Oh, ein Dritter ist da jetzt. Shit. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Ich weiß, dass du irgendwie wechseln kannst. So eine C eingenommen. Lebst du noch? Ja, ich bin da gut. Lauf mal mit unserem anderen Typen. Ja, ich muss ausdauer. Warte kurz. Guck, da sind wir jetzt zu vierzimmer. Komm schon, wir laufen zu vier drinnen. Aber hier waren jetzt auch ziemlich viele Leute, ne? Da ist einer gebongelt, der gebrochen wird. Den killen wir uns. Oh shit, genau wenn ich rausgehe. Was? Hatte ich grad beide? Hinter mir. Wow. Wow, das sind wieder so viele. Jawoll. Was? Der lebt noch? Jetzt. Sehr schön. Da ist der nächste, komm. Alter, diese scheiß KIs. Geht mal gut, der blockt uns beide im Alltag. Der blockt uns beide im Alltag, kann das sein? Die will das immer machen. Achso, der ist tot. Weil ich muss gern mal ganz kurz auszaubern. Und ich bin fast tot. Zu A. Was zu A? B vielleicht noch. Ich muss mal ein bisschen zurück. Oh, da. Ah, scheiße. Ich versuche, Hüte zu überleben. Oh nein. Ich bin tot. Direkt als Einschlag. Ich war weg. Aber ich bleib mal liegen. Vielleicht schaffst du es, wenn er wegrennt. Hüte zu überleben. Ich mach's. Ja, sehr schön. Wir haben B erobert. Geh mal jetzt zu. Komm, A, A, A. A. Ich geh die Leiter hoch. Ja, ich bin hin. Aber ich hab fast kein Leben mehr. Jawoll. Wieder Obert. Du hast verloren. Und wieder direkt runter, oder? Ich schall mich grad. Wieder runter. Wieder runter. Ach, mit Leertaste rutscht man schnell. Ah. Oh Gott, da ist ein bisschen viel. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich helfe dir einen. Okay. Was ist zu nerf? Was ist schon ein Schiff? Wollen wir jetzt zu Abo? Boah, ich muss hier weg. Da ist einer runtergekommen. Ich blick da nicht. Alter, wieso? Nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Rutsch halt weg. Oh Mann, warum macht man da das nie? Ich komm nie weg. Ich auch nicht. Komm, scheiß. Aus diesem Modus rausgehen und wieder reingehen. Das ist zu ein... Warte, ich versuche dich wieder zu überleben. Ja, ist ja schafflich. Ja, das schafft man. Komm, wir leiden. Ah Mann, ich kann... Wie wechselt man nochmal den Charakter? Scheiße. Auf Alt. Ja, aber daran denke ich nie, weißt du. Oh ja, renn weg. Ich hab mich wieder... Jawohl. Ich renne mal hoch. Also ich back hier gerade rum. Jetzt, Alter. Ich bin mal hochgerannt. Sicherheitshaber. Wir könnten... Boah, ich versuche mal zu A zu gehen. Da kann... So eine A eingenommen. Ach, wenn du in deiner eigenen Ding drin bist. Dann heilt man sich. Ja. Ah, okay. Ja, klar. Es killt. Ach, Mann. Wir müssen zusammenbleiben. Zone C verloren. Einen habe ich geheilt. Die anderen auch. Beide habe ich geheilt. Wollen wir da mal ein bisschen auf, oder? Zu A. Nee, in der Mitte. Ich freu mal ein bisschen bei B auf. Nur ganz wenig. Dann können wir zu A. Jetzt schon. Da unten ist einer von uns gut. Ich habe ihn mit. Lord. Wow, ich bin... Ich kämpfe bei... Ich bin... Ich bin am Arsch. Die laufen immer weg und schaffen es immer. Ich verstehe das nicht. Wo bist du? Ich bin bei unserem Spawn. Ja, ich komme zu dir. Erstmal. Kann man sich da auch heilen? Nee. Scheiße, die sind hier wieder... Alter, dass die so weit vorne sind, leckt mich. Versuchen wir mal schön A. Ja, ich bin direkt hinter dir, mein Freund. Wir müssen dann A einnehmen und dann uns heilen. Oh, shit. Komm, den machen wir fertig. Du längst ihn ab, du längst ihn ab. Ich tu wieder beleben. Hab ihn. Jawohl. Shit, da ist noch einer. Ja, ich bin tot. Ich habe... Er hat mich geblendet. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt. Komm, kill ihn bitte. Mach ihn's glatt. Und vielleicht schaffst du es mich dann noch wieder zu beleben. Jawohl. Alter. Der heilt sich. Jawohl. Jawohl. Ah, ihr tötet mich fast. Komm schon, ich muss mich heilen, komm schon. Ja, er ist... Jawohl. Komm, wir bewachen die Leiche von ihm. Dass er ein stirbt. Ja gut, er kann trotzdem respawnen, oder? Nee. Und da kommt einer. Ah, hinter mir. Oh, der habe ich nicht gesehen. Jawohl, sehr schön. Ach, okay. Jetzt wird dann angezeigt, dass man eh oder gut drücken soll. Ah, so, okay. Oh fuck. Wo kommt der schon mal her? Ich weiß nicht, die kommen manchmal voll. Alter, ich glaube, da gibt es echt Team-Schaden kann das sein. Ja. Ich habe die ganze Zeit auf die Runde drauf und der, die Runde da bespricht. Der müsste auch ein bisschen aufkommen, aber der steht da auf. Jawohl, jawohl, sehr schön. Komm schon, das machen wir noch, Alter. Die haben aber schon 1.500, Mann. Aber wir müssen sammeln. Ja, warte dann, kommt los. Wir müssten aber irgendwie irgendwas... Ach du, wo? Hinter mir. Sehr schön. Jawohl. Bringt das, was wir die ganze Zeit nur töten, oder müssen wir auch echt einnehmen? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, da ist der Nächste. Schön. Oh fuck, Alter. Wir haben ihn gleich. Ich bin tot. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Warte. Kannst du mich überlegen? Ja, warte. Warte, ich habe gerade keine Ausdauer. Es geht, es geht, es geht. Ja, und gleich an den nächsten. Wie er alles blockt? Das ist so, als würde er alles blocken. Hä, wie geht das, Mann? Ja, der blockt alles. Ich glaube, es gibt so einen Insgesamtblock. Kann es sein, wenn du in einer Menge bist? Jawohl, der ist tot. Ja. Okay, so kommen wir auch irgendwie hoch auf 1000. Es funktioniert, es funktioniert. Aber ich glaube, die werden nicht, die werden nicht nur so lange blöd sein und die ganze Zeit zu uns kommen. Ja. Das machen die nicht mehr länger. Wir sollten vielleicht mal wieder mit A und B haben wir. C verloren. Wir müssen nur am Leben bleiben. Ja, jetzt ist er alleine dahin. Wir haben mehrer Punkt. Ja, aber der andere ist schon zugegeben. Da, da. Schön. Schön. Aber der will uns weglocken. Deswegen. Er will nicht, dass wir die C kriegen. Hab ihn. Schön. Nicht hinterher rein. Achtung. Achso, der gehört zu uns. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, was ich... Hinter uns, hinter uns. Du steckst. Wow, da ist ein Hagel. Holy shit. Ja, der andere kommt auch rein. Zone C eingenommen. Hier in der Lage. Jetzt schon? Oh, ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch gekillt. Jawoll. Ich auch noch. Aber warum haben wir ihn verloren? Ach, die Zeit ist abgelaufen. Ja. Aber wir haben uns am Schluss echt gut geschlagen eigentlich, ne? Ja, das war echt ganz gut. War ja ganz nice. Naja, wir haben zwar verloren, aber war trotzdem irgendwie eine spannende Runde und... Ja. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Ich mich auch. Vielleicht bis zur nächsten Folge. Und bis ich hoffentlich... Genau. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Okay, ciao.